und herzlich willkommen hier zu einem neuen projekt und ich habe so lange auf dieses projekt gewartet final fantasy 12 zodiak age welches vor kurzem rausgekommen ist es ist ja aufgearbeitete version von ps2 version von final fantasy 12 und es soll zwar ein bisschen was noch hinzugefügt werden sein allerdings habe ich damals die ps2 version gesuchtet wie sonst was sprich ich sollte hier eigentlich gut durchkommen ja dieses projekt wird folgendermaßen ablaufen dass deswegen erkläre ich das ein bisschen vorher die folgen werden um die 20 bis 30 minuten mehr als 30 versuche ich mal nicht es werden wieder jede jede folge begrüßung und verabschiedungen drin sein und natürlich wird dieses projekt ein kleiner rekordversuch warum rekordversuch ganz einfach ich möchte dieses projekt als persönlicher rekord fürs längste let's play auf meinem kanal machen sprich ich werde keine 100 prozent schaffen das weiß ich jetzt schon aber ich werde so nah wie möglich an die 100 prozent reinkommen also wie es so nah wie es mir halt möglich ist ne spoilern könnt ihr mich da hingehen eher weniger ich möchte aber auch dass ihr mich nicht spoilert aus dem einfachen grund weil es halt hier auch sachen gibt die halt in der ps2 version nicht vorhanden sind ja lange rede kurzer sinn ja ich hoffe ihr dementsprechend jetzt spaß bei diesem netten spiel und wir drücken mal auf neue spiel schauen mal hier kriegen dann hier erstmal die einstellungen die ich schon eingestellt habe weil normalerweise ist die musik auf voll effekte voll stimmen voll deswegen und dann würde ich sagen wir beginnen mit einer szene also bin ich leise sieh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 In the name of the Father and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Father. If following this, Arcadia should launch an attack by both land and air, our kingdom will stand little. Nabodis has fallen. Impossible! My father? If I know not, I am sorry. If Nabodis has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure Nelbunov with all haste. I will go. And I will go at his side. I will go. And I will go at his side. Galtea, stand watch over your life. That I be considered worthy. Yeah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gechirion! Sorry! Die Fortressen sind verletzt! Wir müssen mitnehmen! Nein! Die Fählinge noch steht! Sieg von Sight, der Fählinge Leid. Der Paley hat fallen. Dann ist es vorbei. Für mein Vater. Für mein Vater! Lord Rassler! Für mein Vater! Für mein Vater! Für mein Vater! The death of Lord Rassler Heos Nabradia was but one of many tragedies to befall the Kingdom of Dalmasca. The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice. Arcadia in the east, Rosaria in the west. The invasion of the Kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rassler's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbana told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace. Or as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Ramanas, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbana fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The King had scarce departed his royal city of Rabbanasta, when the remnants of the order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel and writ in royal blood. Der Friedensvertrag soll mit Stahl gezeichnet und in königlichen Blut geschrieben werden. Ja, und man erkennt schon, was das heißen soll. Es soll, der König soll sterben. Deswegen müssen wir ihn jetzt rechnen. Sie werden uns unterbrechen. Sie werden uns unterbrechen. Sie werden nicht sagen. Wir waren nicht alle von uns hier für die Krieg. Er versucht, um seine ganze Welt zu retten. Er versucht, um seine ganze Welt zu retten. Rex. Rex, Sir. Mein Name ist Rex. Good. Rex. Du hast ein paar Körbchen, aber du ist immer wieder in der Welt. Na, du kannst du aufhörst? Naibina-Festung, nördliche Galerie. Ich bin gut, Sir. Wie alt bist du, Rex? 17, Sir. Jung. Familie? Mein Bruder ist alles, was ich noch habe, Sir. Er ist zwei Jahre jünger als ich, in Rabbanaster. So jung. Du bist nicht alt genug, als ein Mann zu sein. Du dürftest nicht beherrschst, ein sword zu sein. Nein, Sir. Ich will kämpfen. Für meine Familie. Für meine Eltern. Für meine Eltern. Es ist Zeit, Barsch. Wir müssen die Diskussion für später. Wir müssen den König vor, bevor sie reagieren. Oder all unsere Efforts werden in vain. Ich weiß, ob die Situation. Wir haben ihn gefunden! Over da! Vossler, bitte. I will handle this rabble. Godspeed! steady rex keep your what's about you and you make it we move we move genau so und jetzt kommen wir in kleines tutorial rex halte stets deine umgebung auge schau dich mit dem richten stick um sondiere das umfeld nach imperialen soldaten verliere keine zeit hier einmal umgedreht das reicht schon benutze den linken stick um dich vorzubewegen rex du kannst sowohl gehen als auch laufen du beherrscht die fortbewegung dann kommt so mehr klar hier gehen und laufen siehst du das symbol über meinem haupt das ist ein gesprächs icon es zeigt an welche charaktere angesprochen werden können um jemanden anzusprechen näher dich in und drücke x nun spricht deinen kameraden an natürlich hier der maskersoldat du darfst dein leben nicht wegwerfen rex tu was in deiner macht steht aber stürze dich nicht tollkühn in hoffnungslose kämpfe schließlich musste deinem bruder berichten wie du unser vater lang vor den untergang gerettet hast vertraue den worten des hauptmanns die festung hart 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 unser schnell durch dieses tor eides geboten siehst du das symbol über deinem haupt ein sogenanntes signal icon dieses erscheint in der nähe von türen schaltern oder auch items um herauszufinden was auf was das signal icon aufmerksam macht tritt näher heran bis sich das icon verändert und drücke x nun öffne das tor ok ich kann türen öffnen ich bin op es soweit wir werden die imperialen die die festung besetzen zurück drängen wir müssen der masker befreien konzentriere dich auf die vorderen angreifer rolex ich halte dir den rücken frei danke ob man würde sagen öffne das menü mit dreieck das menü beinhaltet informationen über deinen gesundheitszustand und gibt auskunft über dein inventar die visierlinie des gegners verteidige dich mit blank gezogener waffe die visierlinie des gegners ist rot deine eigene visierlinie ist blau eine rote visierlinie bedeutet der feind ist in der nähe ist kein gegner in sicht benutze den rechten stick um dich umzusehen hast du dein ziel gefunden wechsle mit x in das kampfmenü mit angriff kannst du einen gegner anvisieren und ihn angreifen wenn du dich ihm mit dem linken stick näherst der angriff erfolgt automatisch bis der gegner niedergestreckt ist ziele können verändert werden handlungen widerrufen werden ziele können verändert geändert handlungen widerrufen werden bei tp verloss wird mit x das kampfmenü aufgerufen um ein mitgeführtes item zu benutzen verwendet verwendet zum beispiel ein portion nach benutzung des items wird automatisch die vorangegangene handlung wieder aufgenommen der befehl muss nicht erneut wiederholt werden ich weiß das war leicht gedoppelt nun kämpfer rex ja angriff das schöne ist der die greifen ja alle mit an okay so captain und damit haben wir unseren ersten boss und zwar den kampfjäger lemora gott sei dank sind wir zu fünft dass wir hier ordentlich auch rauf zu machen und der fokus gerade barsch blockiert schön der eine hat hat mich gerade gehalten so und jetzt der saiyajin bosch komm herr oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja ja danke für die heilung ja zu der attacke die basta grad gemacht hat werden wir auch wenn ich später im let's play auch noch was zu sagen können ich will euch nicht zu sehr vorgreifen für die die diesen teil nicht kennen gott ich bin es noch gewohnt von der ps2 version besser schon automatisch auf den gegner zu rennt aber das macht er hier nicht sondern macht das später rex die gänge dieser festung gleichen einem irrgarten die navigationskarte rechts oben im bildschirm wird dich davon bewahren die orientierung zu verlieren solltest du dich dennoch einmal verirrt haben wirf einen blick auf die landkarte die die wir dir gaben als wir in die schlacht zogen mit der touchpad taste erhältst du einsicht dazu gesagt ich spiele das spiel auf ps4 damit ihr bescheid ist wenn du ganz auf nummer sicher gehen willst möchtest kannst du die nannte karte durchdrücken von l3 übrigens auch wenig während des laufens einsehen also im grunde ist das ja hier das ding was man hier jetzt neben rex sieht die jetzt verschwindet und wieder kommt noch lasse ich dir jetzt mal da später werde ich die höchstwahrscheinlich ausmachen wasler wasler where are you what if captain ozalus has fallen don't talk such nonsense wasler's laughed in the face of death far too many times for him to stop now men like him don't die in places like this we must make haste to reach the king we will take him to safety is his majesty unharmed will agree to an unconditional surrender they wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry what if we arrive after he signed the treaty wait so aber ich würde sagen das war es erstmal für diese folge mit final fantasy 12 so die ecke ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaltet auch in der nächsten folge wieder ein die ja jetzt täglich kommen sollte irgendwas mit dem ton nicht stimmen sprich ich zu leise sein spiel zu laut oder andersrum spiel zu leise ich zu laut schreibt es in die kommentare könnt gerne auch in die kommentare natürlich schreiben was ihr ob es euch gefallen hat ob euch ne ob ihr solche spiele überhaupt auch mögt was bitte nicht in die kommentare kommt sind ihr wisst regel fünf eigenwerbung und natürlich auch dementsprechend keine spoiler ich meine ihr könnt mich bei dem spiel sowieso nicht spoilern aber spoilert bitte auch die anderen die zuschauer nicht ne weil spoiler die werde ich bin ich knallhart werde ich einfach löschen ohne vorwarnung das ist jetzt die einzige vorwarnung die ich euch gebe im gesamten let's play so und ja dann hoffe ich mal wir kriegen es hin mit dem rekordversuch längstes let's play auf meinem kanal also tschüss tschau euer levos kissan